Wir kommen zu Ihnen, stand am Dienstag in der Zeitung und am Mittwoch stand schon die erste Folge Sommersitz auf dem Programm der Redaktion. Der Auftakt fand in Findorf statt. Zwei Klappstühle, ein Sonnenschirm, fertig ist der mobile Arbeitsplatz. An der Hemmstraße war die Findorfer Infrastruktur nur ein Thema von vielen. Es ist zum Wohnen eigentlich sehr angeblich. Das Problem, wenn Sie jetzt stadtaffin, Innenstadt-affin sind, und das ist eigentlich unser erstes Beschwer, in Anführungsstrichen, ist, dass die Zugang zur Innenstadt, die ist von Findorf aus ortlich. Da quälen Sie sich hier durch diese sogenannte Theodor-Heuss-Allee an dieser Messebrachfläche vorbei, durch den Bahnhof. Oder Sie müssen durch diesen absurden, schrecklichen Tunnel, um dann von hinten rum zum Brillen zu kommen. Und dieser Tunnel ist absurd. Wie kann ich Findorf attraktiver gestalten, auch für, nicht nur für die Leute, die hier sitzen, sondern auch für Leute, die mal nach Findorf kommen oder durch Findorf kommen. Aber genauso wie es von hier aus eigentlich abgrenzt zur Stadt, ist natürlich auch der Weg nach Findorf rein. Außer am Samstagmarkttag. Ist nicht attraktiv. Nach und nach sind nun alle Stadtteile an der Reihe. Alle Berichte finden Sie im Weserkurier. Alle Berichte finden Sie im Weserkurier.